Yo Leute, ich melde mich jetzt nur ganz kurz, es ist so eine kleine YouTube-Ankündigung, dass ich auf Twitch streamen werde. Ich weiß noch nicht, ob ich ein extra Video mache, also zu Twitch und YouTube, ob ich dann ein extra Video dazu mache. Wenn es gewünscht wird, werde ich das machen, sonst werde ich das nicht machen. Und ja, wie gesagt, der Live-Stream kommt gleich online. Wenn dieses Video online geht, geht auch der Live-Stream online. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Und sonst gibt einfach auf Twitch einen Reflex-Unterstrich. Und wie ihr seht, ja, mein alter Twitch-Kanal wurde gestern oder vorgestern, keine Ahnung, wurde entbannt. Habe ich gesehen. Ich weiß nicht so richtig, aber ich glaube, ich habe gelesen, dass ich zu Unrecht gebannt worden bin. Angeblich doch wirklich. Ich verstehe nicht so viel Englisch, sorry. Aber ich habe das in Google-Interviews jetzt eingegeben und dazu übersetzt, dass sie geschrieben haben, dass ich zu Unrecht gebannt worden bin. Und dass ich jetzt entbannt wieder bin eben. Und okay, finde ich natürlich gut. Natürlich sind das sechs Monate, wo ich jetzt nicht auf Twitch war. Kann man nichts machen. Ich hoffe, ihr Supportet auch wieder rein. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns im Stream.